Hi Moana, hast du eine Minute? Ja. Was ist das erste Wort, das dir zum Thema Wandel einfällt? Veränderung. Was war im Leben deiner Urgroßeltern undenkbar, was heute normal ist? Dass eine Frau in so einer Position arbeitet, wie ich es im Moment tue. Oder so einen Job ausübt, wie ich es tue. Was wolltest du denn früher mal werden und was bist du heute? Ich wollte früher Tänzerin oder Kassiererin werden. Und heute bin ich Projektleiterin und Eventregisseurin. Welcher Wandel in der Arbeitswelt war nötig? Homeoffice und mehr Flexibilität. Also allgemein, ich glaube das Thema Flexibilität und Selbstbestimmtheit. Okay, cool. Vielen Dank. Gerne.